Willkommen! Lassen Sie uns heute über Partikelgrößen und Partikelformbestimmungen reden. Partikel kommen zunächst einmal natürlich in völlig unterschiedlichen Größen vor. Angefangen von sehr kleinen Aerosolen, die ja in letzter Zeit einiges an Aufmerksamkeit gewonnen haben, hin zu richtig großen Brocken, Felsbrocken, wie man sie im Bergbau findet. Diesen gesamten Größenbereich können und wollen wir natürlich nicht abdecken, aber einige grundsätzliche Begriffe kann man immer wieder verwenden. Daher möchten wir uns zunächst einmal ein handliches Beispiel ansehen. Dieser handliche Brocken, am Ufer der Nahe nur wenige Meter von unserem Labor entfernt, eignet sich hervorragend, um einige grundlegende Fragen zu erörtern. Erstens, was ist eigentlich der Durchmesser eines Partikels? Nun, hierfür gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Fangen wir einmal mit einer einfachen an, dem Ferrer-Durchmesser. Der Ferrer-Durchmesser ist der Abstand zweier paralleler Ebenen, die auf gegenüberliegenden Seiten das Partikel berühren. Dreht man nun zwischen diesen beiden Ebenen den Partikel in unterschiedliche Richtungen, so findet man irgendwo einen Maximalwert und irgendwo anders einen Minimalwert für diesen Abstand. Also einen maximalen Ferrer-Durchmesser und einen minimalen Ferrer-Durchmesser. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, der maximale Ferrer-Durchmesser gibt uns in etwa die Länge des Partikels an, während der minimale Ferrer-Durchmesser etwa die Breite des Partikels angibt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Definitionen. Bestimmen wir beispielsweise zunächst das Volumen unseres Steins und berechnen dann den Durchmesser einer Kugel, die das gleiche Volumen hat. Noch einfacher wird es, wenn die Dichte des Steins konstant ist und wir diese auch kennen. Dann müssen wir nur eine Kugel gleichen Gewichts berechnen. Den so berechneten Durchmesser nennen wir den volumenequivalenten Durchmesser des Partikels, also der Durchmesser einer Kugel mit gleichem Volumen. Natürlich gibt es noch zahlreiche andere Definitionen des Partikeldurchmessers. Und je nach Anwendung, je nach Fragestellung ist einmal die eine, einmal die andere sinnvoll. Aber wie messen wir nun den Partikeldurchmesser? Und nicht nur von einem Partikel, noch dazu eines solch handlichen Partikels, sondern vielleicht von Millionen von Partikeln. Die von uns hier beschriebene Methode beruht auf der Auswertung von Bildern. Aber hierfür gehen wir zurück ins Labor. Um Bilder von Partikeln zu machen, braucht es nicht viel. Eine Kamera mit einer geeigneten Optik und eine Software, die die Bilder aufnimmt und möglichst auch gleich auswertet. Die Probe selbst wird unter der Optik positioniert und der Fokus kann individuell eingestellt werden. Hier stoßen wir nun schon auf zwei grundlegende Herausforderungen bei der Bilderfassung kleiner Partikel. Erstens nimmt die sogenannte Schärfentiefe mit steigender Vergrößerung stetig ab. Diesen Effekt kennt jeder, der schon mit einem Lichtmikroskop gearbeitet hat. Bei geringen Vergrößerungen lässt sich das gesamte Bild leicht sehr scharf einstellen. Erhöht man jedoch die Vergrößerung, so ist viel Feingefühl erforderlich und man stößt schnell an Grenzen. Zweitens erhalten wir immer nur zweidimensionale Abbildungen der Partikel. Erinnern wir uns bis jetzt an die Definition des Volumenäquivalenten Durchmesses, bei dem das genaue Volumen der Teilchen bekannt sein musste, so wird die damit verbundene Problematik schnell klar. Es ist eben nicht einfach möglich, aus dem zweidimensionalen Bild eines Partikels auf dessen Volumen zu schließen. Doch warum erzähle ich das alles? Nun natürlich gibt es immer eine Strategie mit diesen Dingen umzugehen. Aber um das Richtige zu tun müssen die Umstände, muss die Theorie der Methodik bekannt und verstanden sein. Betrachten wir nun als nächstes die Möglichkeit, wie man nicht nur einige hundert, sondern tausende, hunderttausende oder gar Millionen von Partikeln vermessen kann. Die genannten Schwierigkeiten bei der Interpretation zweidimensionaler Bilder muss natürlich immer aus dem Blickwinkel der Anwendung heraus betrachtet werden. Und da macht es dann schon einen Unterschied, ob ich nur einige Partikel oder einige Millionen Partikel betrachte. Gut, schauen wir uns nun ein wenig an, wie wir diese Messung der Partikel in der Realität gestalten, wie eine Apparatur aussieht, wie die gestaltet sein muss. Beginnen wir mit dem optischen System. Wir haben zunächst natürlich unseren Gegenstand hier schematisch dargestellt, einfach in einer Schwarz-Weiß-Darstellung, unsere Partikel. Dann benötigen wir natürlich eine Kamera mit dem Sensor als zentrales Element. Und wir haben ein Objektiv, eine Optik, die unsere Partikel dann, unseren Gegenstand auf den Kamerasensor abbilden kann. Damit dies auch wirklich geschieht, benötigen wir natürlich noch eine Beleuchtung. Und dann sehen wir, dass auf dem Kamerasensor ein Schattenwurf, ein Bild des Partikels entsteht. Bei der hier verwendeten Technik arbeiten wir wirklich üblicherweise mit der Gegenlichtmethode. Das heißt, wir beleuchten die Partikel von hinten und fotografieren gewissermaßen den Schattenwurf oder den Schatten der Partikel, da wir ja nur in Anführungszeichen an der Form und an der Größe der Partikel interessiert sind. Ein zentraler Faktor unseres Systems, unserer Optik, ist natürlich der Parameter Vergrößerung. Die Vergrößerung unseres optischen Systems definieren wir als Verhältnis von Bildgröße. Das heißt, wie groß ist das Bild meines Gegenstandes, meines Partikels auf dem Sensor tatsächlich und der Gegenstandsgröße in der realen Welt. Wenn ich das dann umstelle, bekomme ich die Gegenstandsgröße damit ermittelt und das ist ja das, was mich am Ende interessiert. Die Gegenstandsgröße berechnet sich dann einfach als Verhältnis von Bildgröße dividiert durch Vergrößerung. Hier muss man vielleicht noch anmerken, dass natürlich normalerweise die Größe eines Bildes auf dem Sensor oder in einem optischen System auch abhängt von dem Abstand des Gegenstandes von dem Objektiv von meinem optischen System. Wenn ein Gegenstand weit entfernt ist, dann ist natürlich das erzeugte Bild kleiner und wenn der Gegenstand näher ist, dann ist das Bild größer. Deswegen muss man hier, wenn man diese Gleichung verwendet, wo jetzt hier die Vergrößerung steht, eigentlich darauf achten, dass in die Vergrößerung der Gegenstandsabstand eingeht, die Gegenstandsweite und wenn man dann Messungen durchführt, muss man im Normalfall dann immer diesen Abstand konstant halten. Dies sieht etwas anders aus, wenn man sogenannte telezentrische Objektive verwendet, wie wir das bei Fritsch tun. Der optische Aufbau von telezentrischen Objektiven führt dazu, dass die Größe des erzeugten Bildes auf dem Sensor unabhängig ist von der Gegenstandsweite. Das heißt, egal wie weit der Gegenstand entfernt ist von meiner Kamera, von meinem Objektiv bekomme ich immer die gleiche Bildgröße. Das ist ein wesentlicher Vorteil, nicht der einzige, aber ein wesentlicher Vorteil dieser telezentrischen Objektive. Die Vergrößerungen, nebenbei bemerkt, die wir hier verwenden, die Zahlen, die wir da vorfinden bei den telezentrischen Objektiven, die bewegen sich so in der Größenordnung von 0,1, 0,5 oder einfach, einfache Vergrößerung. Das würde also heißen, dass ein Gegenstand, der in der realen Welt, sagen wir 10 Mikrometer groß ist, bei einer Vergrößerung von einfach ein 10 Mikrometer großes Bild auf meinem Kamerasensor erzeugt. Wenn man nun wieder an unser Lichtmikroskop denkt, dann weiß man, ja, da redet man oft von Vergrößerungen von 200-fach, 500-fach oder gar 1000-fach. Das sind also ganz andere Größenordnungen. Das mag zunächst verwirren. Das liegt einfach daran, dass da eine andere Definition der oder des Begriffs Vergrößerung zugrunde liegt. Hier schauen wir wirklich einfach Bildgröße zu Gegenstandsgröße. Schauen wir uns nun das erzeugte Bild auf dem Sensor ein wenig genauer an, zoomen hier in unsere Partikel ein wenig rein und dann sehe ich hier tatsächlich die Pixel meiner Sensors. Das heißt, das Bild wird in einzelne Pixel zerlegt. Es bekommt eine pixelartige, eine pixelige Struktur und letztendlich kann ich jetzt diese Pixel zählen und kann damit die Größe des Bildes bestimmen. Hier zum Beispiel sehe ich, okay, vom linken Rand des Partikels zum rechten Rand des Partikels zähle ich ja 93 Pixel und okay, das gibt mir jetzt die Größe meines Partikels vor. Jetzt möchte ich natürlich nicht wissen, wie viel Pixel das Bild hat, sondern wie viel Mikrometer. Dazu muss ich dann wissen, wie groß so ein einzelner Pixel ist. Das heißt, die Bildgröße, die ergibt sich jetzt einfach als, ja, das Produkt aus der Pixelanzahl multipliziert mit der Größe eines Sensorpixels. Dieser Parameter des Sensors wird auch Pixel Pitch genannt. In unserem System ist der beträgt zum Beispiel 3,45 Mikrometer. Letztendlich aber, wie gesagt, interessiert mich ja nicht die Bildgröße, sondern die Größe meines Gegenstandes, meines Partikels und um den dann zu erhalten, muss ich das Ganze jetzt noch mal dividieren, wie vorher schon gesagt, durch die Vergrößerung. In unserem Fall war die Vergrößerung 0,735-fach und dann bekomme ich hier eine Partikelgröße von 436,5 Mikrometer. Ja, schauen wir uns jetzt ein reales Bild an, ein real aufgenommenes Partikelbild. Dieses Bild hier, das ist schon, ja, vergleichsweise unscharf. Das ist natürlich bei begrenzter Schärfentiefe, wie erwähnt, unseres optischen Systems schon etwas außerhalb der Fokusebene meiner Optik. Das ist so unscharf, das würde man vermutlich bei einer Auswertung schon verwerfen, aber um das Grundprinzip zu erläutern, ist das sehr gut geeignet. Was ich hier sehe, ist zunächst einmal ein vergleichsweise heller Hintergrund. Das heißt, von hinten wird das Partikel beleuchtet, ich sehe um das Partikel herum das helle Licht und habe dann einen allmählichen Übergang von dem Hintergrund, von dem hellen Hintergrund zu dem dunklen Partikel. Und ich sehe natürlich einen, ja, recht verschwommen in diesem Fall, unscharfen Rand des Partikels und die Frage ist dann schon, wo genau ist denn jetzt der Rand dieses Partikels und wie groß genau ist das Partikel wirklich zu messen oder welche Größe kann ich da bestimmen. Ich kann nun hingehen und kann beispielhaft eine Linie quer über dieses Partikel legen und mir dann die Intensität entlang dieser Linie angucken, habe also hier auf der x-Achse unten einfach die Nummern der Pixel, die ich hier betrachte und habe nach oben sozusagen die Helligkeit meines Bildes. Dazu muss man wissen, 255, ein Wert von 255 für den Grauwert würde komplett weiß bedeuten und ein Wert von 0 würde komplett schwarz bedeuten. Ich sehe außerhalb des Partikels hier an dem linken oder dem rechten Rand bekomme ich Werte von ja knapp über 200. Das heißt, ich habe meine Beleuchtung so eingestellt, dass ich ja leicht graue Werte im Hintergrund sozusagen habe und dann bekomme ich einen allmählichen Übergang zu meinem letztendlich schwarzen Partikel. Wo genau nun liegt die Grenze oder der Rand meines Partikels. Um das von der Software auswerten zu lassen, bestimmen zu lassen, benötige ich einen Parameter, den wir Schwellenwert nennen und den kann ich jetzt zum Beispiel hier setzen, im ersten Beispiel bei 50 oder bei 100 oder bei 150 beispielsweise. Und dann sehe ich schon die genaue Position, wo dieser Schwellenwert erreicht wird, bei welcher Pixelnummer dieser Schwellenwert erreicht wird, die wird sich natürlich verändern. Und wie man sich leicht vorstellen kann, verändert dies dann auch die bestimmte Größe oder die Größe meines Partikels, wie sie von der Software ermittelt wird. Gucke ich mir das mal genauer an in diesem Bild, dann sehe ich hier den kompletten Rand bei einem bestimmten Schwellenwert abgebildet, um das Partikel herumgelegt, links mit 50, in der Mitte mit 100 und rechts mit 150. Hier eine Liste der von der Software ausgegebenen Parameter und dann sehe ich hier zum Beispiel den minimalen Ferrit-Durchmesser bei 50 liegt er bei rund 460 Mikrometer, bei 100 liegt er bei 507, 508 Mikrometer und bei 150 liegt er bei 500 und ja knapp 60 Mikrometer. Das heißt, ich bekomme schon einen recht deutlichen Unterschied, je nachdem, wohin ich meinen Schwellenwert setze. Für die Anwendung bedeutet dies natürlich, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, eine Strategie zu entwickeln, wo sitzt mein Schwellenwert. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen sogenannten Binarisierungsschwellenwert setze. Binarisierung deswegen, weil ich letztendlich das Bild aufteile einfach in Bereiche außerhalb des Partikels und innerhalb des Partikels, also dann am Ende nur noch entweder weiß oder schwarz und das kann man entweder automatisch machen, man kann die Software entscheiden lassen über verschiedene Strategien, über verschiedene Algorithmen, naja, setzt die Schwelle dahin, setzt die Schwelle dorthin und so weiter oder man kann sie manuell einstellen. Egal wie man es macht, was man immer haben sollte, man sollte immer die Möglichkeit haben, das Ergebnis dieses Prozesses zu visualisieren. Man sollte immer eine Möglichkeit haben, das Ergebnis, wie gesagt, diese Grenzfindung, diese Linie, die da aus diesem Prozess heraus resultiert, mit dem tatsächlichen Bild zu überlagern, um dann zu sehen, ah, ich liege da, ich liege dort. Es ist im Grunde genommen, ja, so wie wir das hier haben, hier sehe ich den Linien an, okay, da liegen die Grenzen meines Partikels, dort liegen die Grenzen des Partikels und da kann man dann entscheiden und da ist das menschliche Auge meist besser geeignet als irgendwelche Automatiken. Das ist ein vernünftiger Wert für meinen Grenzwert. Oder aber, wenn ich eine Automatik habe, dann kann ich überprüfen, inwieweit diese Automatik funktioniert. Die Problematik natürlich mit einer Automatik ist immer ein wenig, ja, die funktioniert meist, aber manchmal halt nicht. Und deswegen benötige ich da, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Überlagerung zu erzeugen von diesem, ja, dieser Grenze, diesem Rand des Partikels, wie er ermittelt wurde und dem eigentlichen Ursprungsbild. Bei vergleichenden Messungen dann, bei Routinemessungen, bei Qualitätskontrolle und so weiter und so fort, muss man dann darauf achten, dass dieser Parameter oder die Strategie, diesen Parameter zu setzen, immer die gleiche ist. Wenn man etwas daran ändert, natürlich so gut, dann hier eine kleine Anmerkung, sage niemals nie, wenn man etwas ändert an dieser Einstellung, an diesem Parameter, an dieser Binarisierungsschwelle, dann sollte man sich dessen komplett bewusst sein, was man tut, da muss man dann gute Gründe für haben. Im Normalfall wird man diese Schwelle immer konstant halten. Okay, betrachten wir uns nun den Messbereich, den wir mit einem solchen Gerät erfassen können, mit einem optischen System. Schauen wir uns zunächst die obere Messgrenze an und dann ist klar, das hängt einfach von dem Bildfeld ab, von der Größe des Bildfeldes ab, das meine Kamera, das mein optisches System, mein Objektiv letztendlich erfassen kann. Je größer das Bildfeld ist, desto größere Partikel kann ich damit erfassen. Abgeschnittene Partikel, wie ich sie hier oben oder unten sehe, die werden bei der Auswertung ignoriert, weil ich letztendlich natürlich nicht weiß, wie es außerhalb des Bildes weitergeht. Eine praktikable obere Bildfeldgrenze liegt bei ungefähr 35 bis 50 Prozent meiner Bildfeldhöhe. Das heißt, wenn mein Bildfeld, das heißt der Bereich, der von meiner Kamera, von meinem optischen System abgebildet wird, zum Beispiel 50 Millimeter hoch ist, dann kann ich sagen, naja, vernünftig ist es, da Partikel bis rund 20, 25 Millimeter zu messen. Man sieht daran schon, das ist jetzt nicht eine harte Grenze, das geht jetzt gar nicht mehr, das führt hier jetzt genau auf, sondern das ist gewissermaßen ein allmählicher Übergang. Also im Grunde genommen kann man sagen, die effektive Bildgröße ist abhängig von der Partikelgröße und da man das weiß, kann man das numerisch korrigieren. Das wird dann übrigerweise in der Software gemacht. Das sind auch Prozesse oder Strategien, wie sie in den relevanten Normen beschrieben sind und damit kann man diesen Effekt korrigieren, dass natürlich bei sehr großen Partikeln die Wahrscheinlichkeit, dass der Rand berührt wird, zunimmt. Betrachten wir dann als nächstes die untere Messgrenze unseres Gerätes und da ist natürlich letztendlich die kleinste theoretisch mögliche Partikelgröße, die erfasst werden kann, ja einfach die Abbildung eines einzelnen Kamerapixels. Also ein Pixel ist die untere Grenze. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie vorhin erwähnt habe, ich habe eine Pixelgröße auf meinem Sensor von 3,45 Mikrometer, ich hätte eine Vergrößerung von 1, dann habe ich eine untere theoretische Messgrenze von 3,45 Mikrometer. Jetzt will man natürlich noch in den meisten Fällen ein bisschen Formerkennung betreiben. Da wird man dann natürlich einige Pixel benötigen. Ja ganz rudimentär, ganz ganz rudimentär, dass man zumindest mal sieht, oh das ist ein bisschen länglich oder es ist eher, ja, quadratisch rund, brauche ich 2x2, besser 3x3 Pixel. Um brauchbare Formerkennung, ja 5x5 Pixel, ja 25, 60, 64, also 8x8 Pixel, da bekommt man dann wirklich brauchbare Informationen über die Geometrie. Auch hier sieht man, das ist nicht eine scharfe Grenze, aber man muss sich dessen bewusst sein, wenn die Messgrenze des Gerätes, die untere Messgrenze des Gerätes beispielsweise angegeben ist mit, ich sag jetzt mal 20 Mikrometer, dann muss man dann nochmal hinterfragen, wie gut sind denn diese Bilder bei diesen 20 Mikrometer, wie viele Pixel stecken denn dahinter, sind das jetzt 5x5 Pixel oder 5x10 Pixel oder sind das mit 2 Pixel und dementsprechend kann man dann abschätzen, wie gut dann auch die Farmerkennung schon in dem Bereich ist. Meine Empfehlung da ist immer, schauen Sie sich Bilder an. Lassen Sie sich Bilder zeigen, schauen Sie sich Bilder an, wie sehen die aus, wie viele Pixels sind das, ist das vernünftig oder ist das wirklich nur geraten. So, wie sieht jetzt ein Gesamtaufbau aus eines Systems? Naja, wie wir schon gesehen haben, natürlich Kamera, Objektiv, Beleuchtung, das haben wir jetzt abgehandelt und dann muss ich natürlich irgendwo meine Probenförderung realisieren, meine hunderttausende, tausende, hunderttausende Millionen von Partikeln, die müssen ja jetzt an dieser Kamera vorbei fallen sozusagen oder vorbeitransportiert werden allgemein. Das heißt, bei einer Trockenmessung zum Beispiel habe ich ein sogenanntes, ja ein Probenreservoir, da habe ich irgendwie einen Trichter, wie auch immer eine Kammer, in der sich die Probe drin befindet und von dort aus wird jetzt kontinuierlich das Probenmaterial zu dem, ja, Ort des Geschehens, zu dem Messvolumen, zu der Messzelle, zu dem Messort transportiert und fällt dann oder wird dann kontinuierlich an der Kamera vorbeitransportiert und es werden kontinuierlich Bilder erfasst. Bei der Nassmessung hat man natürlich ein geschlossenes System, durch das Flüssigkeit hin durchgepumpt wird, in der Flüssigkeit suspensiert, befindet sich dann die eigentliche Probe und im Normalfall handelt es sich hierbei um geschlossene Kreisläufe. Das heißt, eine Probe wird immer wieder im Kreis herum gepumpt und kommt regelmäßig sozusagen an meinem Messort, an meiner Kamera vorbei. So würde beispielsweise dann ein System aussehen, ganz grob, für eine Trockenmessung. Ich sehe auf der linken Seite meine Digitalkamera mit einem Objektiv, um die Bilder aufzunehmen. Auf der rechten Seite hier sehe ich eine Blitzeinheit, die jetzt meine Partikel von hinten beleuchtet und darüber habe ich jetzt mein Probenreservoir, hier ein einfacher Trichter mit einer Probenfördereinheit, zum Beispiel eine Vibrationsförderin, die mir die Partikel hier über diesen in der Mitte befindlichen Schacht transportiert und dann fallen die Partikel dort hinunter und werden unten in einem Auffangbehälter gesammelt und während sie an der Kamera vorbei fallen, wird der Blitz von hinten aktiviert und die Bilderfassung erfolgt dann automatisch. Das wäre also so ein grober Aufbau, ein prinzipieller Aufbau, eine Trockenmessung. Wenn ich das Ganze mit einer Nasseinheit mache, dann sieht das im Wesentlichen genauso aus. Ich habe wieder links meine Kamera, ich habe meine Blitzeinheit, nur habe ich jetzt dazwischen eine Nassmesszelle. Ich habe irgendwo eine eine sogenannte Nassdyspergieeinheit mit einer Pumpe ausgerüstet, eventuell kann ich da Ultraschall integrieren und ich pumpe hier jetzt im Normalfall kontinuierlich die Probe um und fotografiere dann das Material, die Partikel, die durch die Messzelle hindurchströmen. Sehen wir uns hier mal eine schematische Animation an, wie das dann aussieht hier am Beispiel einer Trockenmessung. Ich sehe hier die Partikel, wie sie nach vorne transportiert werden und dann herunterfallen und von hinten der Blitz die Partikel beleuchtet. Die Kamera erfasst dann die Bilder. Im Grunde genommen ist das jetzt der Blick der Kamera auf die Partikel und man sieht natürlich, dass immer mal wieder Partikel genau dann abgebildet werden, wenn der Blitz erscheint. Eine praktische Frage, die immer wieder aufkommt ist, wie viel Probenmaterial benötige ich denn? Das ist eine nicht ganz einfach und auch nicht pauschal zu beantwortende Frage. Naja, eigentlich schon. Die Antwort ist wie so oft, es kommt auf die Probe an oder es kommt auf die Aufgabe an. Also je nachdem, was ich tun möchte, was meine Aufgabenstellung ist, benötige ich mehr oder weniger Probenmaterial. Eine wesentliche Frage oder ein wesentlicher Parameter, der diesen Faktor mitbestimmt ist, die Breite meiner Verteilung. Man kann sich leicht vorstellen, wenn ich eine sehr breite Verteilung habe, das heißt von feinen bis zu sehr groben Partikeln und ich will in jeder Partikelklasse, sage ich mal, in jeder Partikelgröße, Region ausreichend viele Partikel haben, um da zuverlässige Ergebnisse zu bekommen, dann brauche ich natürlich deutlich mehr Probenmaterial, als wenn ich nur eine schmale, eine enge Verteilung vorliegen habe. Auch hier dann natürlich dann die Frage, was ist jetzt meine Aufgabe? Möchte ich zum Beispiel aus einer Verteilung, aus einer, sagen wir auch, breiten Verteilung Verunreinigungen im Grobbereich herausfiltern? Ich habe in einem, ich sage mal, Sack Zement ein Sandkorn drin und das muss ich jetzt messen. Und dann wird es natürlich schwierig, da mit einer geringen Probenmenge, mit einer geringen Partikelanzahl meiner Messungen zum Erfolg zu kommen. Selbst endlich muss man sagen, es ist immer eine Frage der Statistik, es ist immer eine Frage, was genau benötige ich? Und typische Werte liegen, sagen wir, für grobe Materialien, wobei grob jetzt heißt, ja einige Millimeter, einige hundert bis einige tausend Mikrometer, ja Millimeter eher, liegen gute Werte zwischen einigen zehntausend und sagen wir hunderttausend Partikeln. Und wenn man dann wirklich zu feinen Materialien kommt, bewegen wir uns natürlich schnell wirklich in dem Bereich von einigen Millionen Partikeln. Und wenn die Verteilung breit wird, um dann wirklich auch noch die weniger vorhandenen groben Partikel zuverlässig abbilden zu können, benötige ich eine entsprechend große Probenmenge. Ein weiterer Parameter, FPS. Was heißt das? Was bedeutet das? Wie wichtig ist es? Die meisten werden es kennen, Frames per Second. Wie viel Bilder pro Sekunde werden aufgenommen? Da kann ich natürlich ein System haben, das eine sehr hohe oder sehr hohe FPS-Rate besitzt. Der Vorteil ist dann, dass ich eventuell sogar alle Partikel, die an meinem Kamerasystem vorbeifallen, erfasse teilweise sogar mehrfach. In diesem Zusammenhang hört man immer wieder die Möglichkeit andiskutiert, dass ich damit quasi eine dreidimensionale Analyse erzeugen kann, weil die Partikel sich während des Fallens um die eigene Achse drehen und ich dann aus unterschiedlichen Richtungen auf das Partikelchen draufschauen kann und man dann sozusagen die komplette Form, die müssen einem die Partikel natürlich auch den Gefallen tun, so zu rotieren, dass die entscheidenden Richtungen erfasst werden. Ich denke, da kann man nicht immer davon ausgehen. Das wird manchmal funktionieren, aber sicherlich nicht in jedem Fall. Wenn ich hingegen eine niedrige Frames per Second Rate habe, wirkt das gewissermaßen wie eine zusätzliche Probenteilung. Eine der Hauptherausforderungen bei der Partikelanalytik immer besteht ja in der Probenteilung, in der Erzeugung einer repräsentativen Messprobe. Das heißt, ich habe einen großen Container mit Ursprungsmaterial, aus dem heraus ich eine geringe Menge an Probenmaterial herausnehme, um diese dann zu analysieren. Und in irgendeinem Prozess muss ich dafür sorgen, dass diese entnommene Probe auch wirklich repräsentativ ist für die Gesamtheit meines Materials. Und wenn ich jetzt sozusagen nur wenige Bilder pro Sekunde mache und dadurch natürlich eine große Menge an Probenmaterial gewissermaßen unanalysiert an meiner Kamera vorbeifällt, ist das gewissermaßen zu vergleichen mit einem zusätzlichen Schritt in der Probenteilung. Natürlich muss ich dann auch mit einer entsprechend höheren Probenmenge in das System reingehen. Das heißt, am Anfang des Prozesses muss ich mir immer überlegen, wie viel brauche ich eigentlich, wie sieht die Statistik aus und so weiter und so fort. Nachteil natürlich dann, naja, das Dauerklinge. Das kann dann sein, dass das dann nicht in fünf Minuten erledigt ist, sondern dass man dann zehn Minuten, 15 Minuten für eine Messung benötigt. Ein anderer Faktor, der ebenso die Messdauer oder die Messgeschwindigkeit beeinflusst, ist die sogenannte Bildfeldabdeckung, die mir sagt, wie viel Prozent des Bildfeldes im Mittel zumindest von Partikeln bedeckt ist. Da kann man dann wieder sagen, naja, wenn diese Bildfeldabdeckung hoch ist, das heißt viel Material fällt in derselben Zeit permanent an meiner Kamera vorbei, dann habe ich eine schnelle Messung, das geht alles ziemlich flott dann. Der Anteil von Partikeln allerdings, die sich dann gegenseitig überlagern, das heißt, oder auch nur berühren, der wird ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Partikel eventuell einfach hintereinander scheinbar sich überlagern und dann ein großes Partikelchen bilden, die wird hochgehen und man erhält dann im Ergebnis plötzlich große Partikel, die gar nicht in der Probe vorhanden sind. Das heißt, das Ergebnis wird dann tatsächlich verfälscht. Ja, das andere Extrem, wenn das natürlich sehr niedrig ist, die, oder die, wenn die Bildbedeckungsrate, das heißt, ich fördere langsam mein Material in meiner Förderrinne beispielsweise nach vorne und es fällt nur allmählich runter, dann ist die Bedeckung meines Bildfeldes niedrig, dann habe ich seltener eine Überlagerung von einzelnen Partikeln, ganze Meiden lässt sich das natürlich nie und der Nachteil ist dann im Wesentlichen, die Messdauer geht hoch. Und zwar, je langsamer ich bin, desto länger dauert das. Das heißt, es ist immer eine Abwägung, wie genau muss ich das denn machen, wo muss ich den hin? Und auch da gilt wieder, ein einmal eingeschlagener Weg, eine Prozedur sollte immer beibehalten werden. Nicht, dass ich am einen Tag so und am anderen Tag so fördere. Welche Anforderungen muss die Probe erfüllen? Naja, man würde ja denken, ich habe hier Partikel, die messe ich jetzt einfach mal, aber so ein paar Dinge müssen natürlich schon erfüllt sein. Naja, ganz wichtig, das Material muss sich schön transportieren lassen, es muss gut rieselfähig sein, es sollte nicht kleben oder es darf nicht kleben auf der Rinne, auf der Fördereinheit, es sollte keine Akklomerate bilden und natürlich, ja das ist schon ein bisschen eine sehr spezielle Anforderung, die Dichte der einzelnen Partikel sollte nicht zu stark schwanken. Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt Stahlkugeln gleichzeitig mit Styroporkugeln messe, dann werden dann doch die Stahlkugeln etwas schneller fallen und die Wahrscheinlichkeit, die Styroporkugeln zwei-, drei-, viermal zu messen, geht hoch und ich bekomme einen höheren Anteil an Styroporkugeln. Aber das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, zugegebenermaßen. Naja, für akklomerierende Proben, das ist eigentlich dann die Option der Nassmessung, da kann ich jetzt in eine Suspension reingehen, kann da Tenside zugeben, kann Ultraschall zugeben und so weiter. Ich habe da die Möglichkeit, diese Akklomerate zu zerlegen und gewinne da natürlich dann zusätzliche Möglichkeiten, die Technik anzuwenden. Man hat da Begrenzungen natürlich dann in der Partikelgröße. Bei sehr großen Partikeln wird das nicht mehr funktionieren, weil die Messzelle natürlich nur eine bestimmte Weite hat, aber auch bei sehr großen Partikeln ist das normalerweise nicht das Problem. Akklomerierende Proben sind normalerweise eher feines Material und da bietet sich dann eine Nassmessung als Alternative an. So viel vielleicht hierzu. Ich denke, als nächstes werden wir hier einfach mal eine Messung durchführen. Um nun eine Messung durchzuführen, haben wir hier bereits eine Projektmappe geöffnet und wählen nun eine geeignete SOP aus. Starten diese und die Vorförderung beginnt. Nach Abschluss der Vorförderung fallen dann die Partikel an der Kamera vorbei und die Bilder werden aufgenommen. Hier sehe ich die Anzahl der bereits aufgenommenen Bilder. Wir sind jetzt bei etwa 900 Bilder schon. Hier die Anzahl der erfassten Partikel knapp 10.000 und hier sehen wir die Bedeckung, hier als Dichte bezeichnet, des Bildfeldes mit Partikeln. Man erkennt hier auch, wie die Regelung hin und wieder eingreift, um hier eine optimale Dichte zu erhalten. Wir haben jetzt etwa 20.000 Partikel erfasst und sehen hier schon an der Kurve des minimalen Ferretdurchmessers, dass sich die Verteilung schon nicht mehr deutlich verändert. Die Probe ist nun fast vollständig gemessen. Die Rinne regelt ihre Intensität nach oben, um auch die letzten Partikel noch zu transportieren. Wir sehen, dass die Dichte jetzt sozusagen bei 0 ist und hier sehe ich die Verteilung, die Partikelgrößeverteilung hier mit dem minimalen Ferretdurchmesser als Größeparameter und dies hier ist eine sogenannte Datencloud. Jedes Partikelchen wird hier durch einen Punkt repräsentiert. Ich kann jetzt ein beliebiges Partikelchen durch Doppelklicken auswählen. Das entsprechende Bild wird geladen. Ich zoome hier hinein, markiere das Partikel und habe hier rechts die ganzen einzelnen Größeparameter, Geometrieparameter dieses Partikelchens aufgelistet. Ich kann mir nun auch eine Galerie der aufgenommenen Bilder anschauen, erhalte ich hier zunächst einmal einen Überblick. Das sind natürlich große Datenmengen und kann mir jetzt ein einzelnes Bild durch Doppelklick heranziehen und jetzt jedes einzelne Partikelchen wieder auswählen und erhalte ich hier auf der Seite wieder die entsprechenden Parameter. Ich kann hier rein zoomen und hier sehe ich jetzt beispielsweise die Kontur des Partikels, sozusagen das Ergebnis der zuvor erwähnten Binarisierung. Das heißt, hier sehe ich, wo wirklich genau die Kante von der Software gesetzt wird. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch weitere Fragen zu dem Thema haben, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Auf Wiedersehen.